Liebe Freunde, der Wahlkampf ist mittlerweile in vollem Schwung. Die Plakate hängen überall und werden teilweise sogar nachgehangen. Wir haben eine Menge Stände draußen und ich freue mich über die Bilder, die ich regelmäßig bekomme von Piraten, die Fotos machen von den Ständen draußen mit Menschen, mit denen sie in Kontakt kommen, wo sie schön dekoriert haben, verschiedenes Streumaterial verteilen. Und die Online-Werbung läuft, genauso wie viele Interviews, die wir mittlerweile haben, wo ich mich freue, wo Themen beauftragt oder auch Piraten einfach bei lokalen Podiumsdiskussionen und anderen Diskussionsveranstaltungen vor Ort sind oder in verschiedenen Medien damit auftreten. Wir gewinnen viel Reichweite und das freut mich sehr. Wir können unsere Nachricht nach draußen senden, wir können zeigen, dass wir da sind und ich zumindest erlebe, dass die Menschen sich freuen, uns zu sehen, dass die Menschen sich freuen, zu wissen, wir sind da und häufig kommt es mir so vor, als hätte man uns einfach regelrecht vermisst. Das ist eine sehr schöne Nachricht und ich finde, wir werden da durchweg eigentlich positiv wahrgenommen. Ich möchte gerne einen Dank aussprechen an alle, die uns so weit gebracht haben, dass wir eben jetzt in dieser Situation sind und unsere Nachricht raussenden können. Die ganzen Aktiven, die im Vordergrund in der ersten Reihe gearbeitet haben oder auch in der zweiten Reihe. Allen voran Martin von der Wahlkampfkoordination. Vielen Dank dir und natürlich auch allen Wahlkampfkoordinatoren in den Ländern, die sich hier bemüht haben, ihren Beitrag dazu zu leisten, Feedback gegeben haben und eben einen guten Miteinander erarbeitet haben, dass wir heute tatsächlich einen guten Wahlkampf führen können. Genauso die Aktiven, die sich an der Gestaltung der Plakate beteiligt haben. Vielen Dank. Die die Sharepix erstellen für unsere Online-Kampagne oder eben auch an den Werbespots beteiligt waren, sie zu erstellen oder eben in die einzelnen Sendenstalten zu bringen, teilweise auf CD zu bringen und gegenzuzeichnen, was man alles eben auf dem Weg erlebt. Genauso natürlich auch allen, die tatsächlich draußen stehen, mit den Menschen sprechen, zuhören vor allen Dingen, was genauso wichtig ist, wie eben zu sprechen, zeigen, dass wir da sind und halt eben auch unser großartiges Programm zu präsentieren, in seinen Details, in seiner Fülle oder halt eben auch zu verweisen auf Veranstaltungen, die wir haben. Vielen Dank, dass ihr draußen seid, dass ihr euer Herzblut hineinsteckt. Ihr nehmt euch die Zeit, ihr nehmt euch die Mühe, ihr gebt, was ihr habt, ihr geht darin auf, man merkt, ihr seid Piraten, so wie ich das erlebe. Das ist unbezahlbar, was ihr eben, wie ich eben sagte, an Herzblut reinsteckt und bei der Sache dabei seid. Eine Bitte habe ich. Wir gehen jetzt in die letzten zwei Wochen rein, quasi das Finale und der Erdensport. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr eben auch nochmal gleichermaßen viel Gas gebt, jetzt auf den letzten Metern. Es gibt noch viele unentschiedene Wähler. Es gibt viele, die haben Briefwahl gemacht, es gibt einige, die haben sich entschieden, aber es gibt nach wie vor einen sehr hohen Anteil eben von Wählern, die jetzt erst in den letzten zwei Wochen ihre Entscheidung treffen, wen sie wählen wollen. Sie werden entscheiden, wen sie nicht wählen und sie werden sich nach Alternativen umschauen. Manche werden sich überlegen, wähle ich überhaupt oder nicht und gehe ich hin, komme ich meiner demokratischen Pflicht nach, oder sage ich, es gibt tatsächlich kein Angebot. Jetzt ist nochmal die Zeit hier, das zu versuchen, die Nadel zu bewegen und eben unser Angebot zu präsentieren, unser Angebot einer Politik für die Menschen, mit den Menschen, für eine Gesellschaft und für die Selbstbestimmtheit in der Gesellschaft heute und von zukünftigen Generationen. Ich bin überzeugt, wir haben ein großartiges Wahlprogramm, ein facettenreiches Wahlprogramm, womit wir viele Stimmen gewinnen können und meine Bitte eben nochmal, gebt nochmal Gas. Ich weiß, die letzten Wochen, letzten Monate waren anstrengend und was ich euch, was die Partei euch abverlangt hat, aber jetzt einfach nochmal einen letzten Schlussspurt. Ich sage euch Danke im Voraus, genauso auch von den Kollegen im Bundesvorstand und vielen Dank, dass wir jetzt da sind, wo wir gerade sind und gemeinsam eben die letzten zwei Wochen zu rocken. Ich freue mich auf den Wahlabend und hoffe, wir können gemeinsam eben feiern, wie weit wir gekommen sind. Euer Sebastian